...wenn es doch anfangen würde zu regnen. Ach! Scheiße, Vollfahrt! Naja, wenigstens den Ball getroffen. Ja, das müssen wir ja schon mal positiv bewerten. Gerade ich habe ja immer so ein paar Probleme mit dem Balltreffen. Wow, Glück gehabt. Glück, Glück, Glück! Ja, das ist so schön. Scheiße! Scheiß doch die Wand an, ey! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, jetzt ist er wieder dran, ey! Okay! Am besten ist doch mal ein Home Run! Aber nein! Schade! Das war's schon? Oh, kacke! Ah, stimmt! Ja, 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 genau! Strike! Eins! Ah, Scheiße! Das war jetzt wirklich nicht geplant. Aber gut, was wollen wir mal machen, ne? Geht halt nicht anders. Jetzt! Hm, nochmal. Nochmal. Strike! Ach, schon wieder Cutter. Gut! Wenn er guter drin ist, ne? Und die Wetter, die schlagen den Ball nicht. Oh, mein Gott! Dann schlage ich, äh, werfe ich meinetwegen immer den gleichen Wurf. Aber meistens vertraue ich dem Ganzen gar nicht so. Weil... Das ist doch ein Grund für. Weil eigentlich die Better, die gewöhnen sich an den Schlachen. Gerade der Computer. Der weiß ja dann, was ich irgendwie immer so ein bisschen mache, ne? Und, ja, darum werfe ich mal lieber immer andere Sachen. oh! 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 Oh, das ist ein Strikeout, würde ich sagen, mein Junge. Oh, Scheiße, ich bin da richtig Strikeout. Ja, du bist Strike. Wer kommt jetzt Dominik Braun? Ah, kacke. Ab da an 3 Sehr schön. Oh, der kann nicht mehr ganz so. Aber ich möchte gerne das Inning noch beenden mit ihm und dann danach hole ich mir dann andere Hilfe. Aus. Und wieder geschafft. Ach Mann, ey, der kann es einfach nicht. Ja gut, noch ein bisschen weiter, es wäre ein Home Run gewesen, aber trotzdem, ey. Mann, auf ihn ist kein Verlass. Ich muss mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. Meine Füße mal auf den Schreibtisch oben drauf. Ah, ein bisschen gemütlicher setzen. Es ist wie ein Track Meet. Es scheint, dass jedem dieser Schreibtisch oben braucht. Wird diese Abilität zu hit, ohne Platz. Es scheint, in fast jeder Spiel. Sie haben die Liga vor dem Jahr gewonnen, und wir haben das Spiel gewonnen. Und das ist ein Team mit so viel Team Speed und Power. Kacke. Mann, schon wieder so ein Lugel. Boah, fängt den jetzt nicht. Uah, Wunschdenken, ey. Echtes Wunschdenken. Boah, 28 Strikes hat der schon geworfen, ey. Und sieben Balls. Uah, viel zu früh, ey. Was soll der verfickte Scheiß weg, ey. Mann, immer dann, wenn er wirft, dann fängt es an, die Frames kurz runterzugehen. Aber auch immer nur selten, ey. Das ist immer das Komische. Naja, nächstes Inning. Polanco. Mein Name ist Polanco. Ach so. Da kommt man, den versuche ich noch wegzumachen. Jetzt weiß ich auch, wie man die anderen Spiele auswirkt, weil manchmal ist der Computer so scheiße. Dann läuft dann irgendwie verkehrt und sowas alles. So. Machen wir aber mal kurz hier, ne. Pulpen. Ah, guck, er ist auch krank, ey. Bring in. Yes. Wow, der hat aber ein paar Merkwürfe. Hahahaha. Sehr geil. Sehr gut. Ähm, bäh. Curveball. Boah, viel zu hoch. Schade. Jetzt brauche aber nur noch einen und dann ist er raus. Ne, warte mal. Ich möchte mal gerne einen Zinker machen. Nein! 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 So, er ist der Lord, Base-Hit, niemand mehr. Aber er hat sich in die Hälfte gespielt. Nummer 56. Das ist einer von denen, die du in die Hälfte gemacht hast, wenn du eine schlechte Hälfte gemacht hast, und das hat es wirklich viel einfacher für den Hitter gemacht. Er hat es in der 3. Und hier ist der 1. Mann, ey! Ah, Gott sei Dank, ich habe es geschafft, ey! Boah, wenigstens einen aus. Nummer 8. Zack und hin. Sehr schön. Und rauf, zack, zweites Aus. Ach stimmt, ey! Die Phillies, gegen die ich jetzt gerade spiele, und ich als New York Yankees, gewann 2009 in den World Series im Finale. Und natürlich haben die New York Yankees gewonnen. Darum war sie auch den einen hier. Den einen Victorino. Victorino, glaube ich, wieder. Ja, ist doch. Ah, jetzt, ja, 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 jetzt ändere ich mich. War cool, ey, muss ich sagen. Weil ich habe ja die DVD-Box zu Hause. Mit allen 6 Spielen. Normalerweise sind sieben Spiele maximal. Aber die haben ja schon vier Spiele gewonnen, die Yankees. Ne, drei Spiele. Ja, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ne. Wenn das 6. Spiel war. Ist doch egal, mein Gott, ey. Alter, ich bin doch so hunde müde. Ich muss jetzt nicht nachdenken, ey. Auf jeden Fall, ähm. Richtig geil, die Box, ey. Hat zwar ein bisschen was gekostet. Ich glaube, 40 Euro, also. Aber ist okay gewesen, ne. Boah, mit dem Mund aufwerfen, ey. Ah, 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 ah. Und dann hat er mal seinen alten Topf mitgebracht, ey. Klack, 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 klack. liquor, klack, 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 klack. Oh, 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 oh. Ah, fünftes Inning, schon. Mein Gott. Owe, Antebelt. Blanton kippt und trbulae. Sch Players Breach. Ach, fickt euch doch alle ins Knie. Ah, schade Das wäre so schön gewesen An der Linie entlang Das ist immer das geilste Ich glaube, was besseres gibt es gar nicht Ball 1 Oh, kacke, ey Oh, da sitzt ein alter Ob mein Publikum mit einem Suppentopf Go Yankees Go Yankees Scheiße, ey Mann Oh, du Scheiße, ey Das Komisch, ey 12-6-Curve Scheiße, ey Wie ein Streufeuer, ey Ja Das meine ich Das ist richtig geil, ey Ach, ja Da bin ich jetzt unsicher Scheiße Wow Wow 1 aus erst 1 auf 1 Mal gucken Ja, geht doch Zack, 2 und 1 besetzt Okay, bei dem Ball Ich weiß jetzt nicht, wie das schlägt Power nur 31 Und Kontakt 25 Alter, der lässt den Ball doch Aber den kann ich auch vergessen, ey Das wollten sie jetzt aber Das wollten sie jetzt aber